Und damit herzlich willkommen zu Screaming Steel, das ist eine recht witzige Mod für Day of Infamy und zwar spielt die im ersten Weltkrieg, ich wollte mir die einfach mal angucken. So, was haben wir? Offizier, wir dürfen haben eine Mauser C96, P08 Luger oder den Reichsrevolver, geil, Primary, haben wir keine, wir haben Stielhandgranate, die alte mit dem praktischen Clip dran. Nadel, Handbombe, ein Fernglas, leichte Ausrüstung oder schwere Ausrüstung, geil, dann haben wir einen Knapsack, oh, der geht immer, oh, geil. Und ein Butcher Blade oder Felsspaten, Felsspaten kostet eins, was haben wir denn? Fernmelder, Gewehr 98, mit Bayonet, Ladestreifen, Trench Magazine, Alternate Sides, sich jetzt kein Unterschied. Secondary Kinds, Handnadelbombe, schwere Ausrüstung, Feldtelefon, ah, mit so einer Trommel hinten dran, witzig. Schütze, ja, ist aber späte deutsche Kidersillische Armee, auch nur Gewehr 98, Ladestreifen, Bayonet, Stielhandgranate, Nutzen, nichts. Feldausrüstung, Knife. Oh, der MG-Schütze nimmt einfach mal ein ganzes MG 0815 mit, oh, der kann Matzen bekommen. Geil. Luger, Reichsrevolver. Ich glaube, mein Setup sieht jetzt erstmal so aus. Okay, Heckenschütze. Ach, der kann dieses komische Visier bekommen. Das war was total Witziges. Das war so ein Visier, das war mega weit weg. Das konnte in das lange Visier eingeklemmt werden. Das war so was ganz komisches. Also eine ganz komische Einrichtung. Hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Okay, Sturmmann. Lange Pistole 08. Oh, schade. Warte, ich hatte jetzt gehofft, dass jemand vielleicht einen Karabiner 98 AZ dabei hätte. Drum Magazine. Ja, ohne Drum Magazine ergibt das ja auch keinen Sinn. Explosives, geballte Ladung, Stielhandgranate. Und Stahlrohrführer. Das ist ein altes Wort für Flammenwerfer. Ich finde aber, ich glaube, wir gehen erstmal normal ran. Ich würde sagen, einfach nur ganz normal. Schütze. So, was nehmen wir denn? Ladestreifen sind praktisch. Sides machen wir. Ich möchte mal wissen, wo der Unterschied ist. Oh, die Diskusgranate. Genau diese kleinen Schildkröten. Nutzen. Leichte Ausrüstung. Ja, passt, passt. Ich würde mal sagen, erstmal ein ganz normales Gewehr. Schöne Gewehr 98 hier. Spiel startet in Kürze. Angeblich ist es mit Bots. Das Ganze ist auch total komisch. Und zwar, ich kann nicht einfach irgendwie den Mod insta... Diese Schweinehunde probieren, durch die Linie zu brechen. Kameraden, nehmt eure Ausrüstung und geht rüber zur Linie. Vorwärts, ohne anzuhalten. Schweinehunde. Das ist auch total komisch, wie man das zum Laufen bringt. Und zwar muss man erst den Mod installieren. Dann startet aber ganz normales Day of Infamy. Und dann muss man einen Server aussuchen, wo die Mod läuft. Und man kann das nicht selber. Man kann nicht einfach selber entscheiden, dass man das spielen möchte. Man darf das nur auf Servern spielen, wo die Mod läuft. Das ist total komisch. So, 100 Meter. Ah, genau. Ich habe dieses Kack-Visier. Mal gucken, ob ich damit auch so zielen muss, wie man das damals musste. Ne, das ist einer von unseren. Der hat auch eine Pickelhaube. So. Nur noch 80 Meters. So, wo sind die? Muss ich das jetzt einnehmen? Wie ist denn das? Ist das jetzt so Belfield-mäßig? Oder ist das schon verteidigt? Nö, das hier sieht alles ganz... Okay, jetzt geht's los. So, wo ist meine... Wo ist meine Schildkrötengranate? Ne, das ist einer von mir. Sehr gut. Das nicht, oder? Okay, das Gewehr 98 wird relativ schnell fertig geladen. Okay, ich höre Flammenwerfer. Ich werde das hier alles tapfer halten. Oh, ich hatte nur eine von diesen Schildkrötengranaten. Nicht gut. Ich verkrieche mich in meinem Hochbett. Ah, das sind... Also, die Sprüche sind nice. Okay, das ist aber einer von mir. Botsach. Man konnte ja auch aussuchen, ob man Server mit oder ohne Bots haben möchte. Ich habe mir wirklich mit Bots gemacht, weil... Mensch, hier Spieler, gab es genau vier Stück, die das gerade spielen. Das waren ein bisschen sehr wenig. Okay, Defending. Ach, das ist hier dann genauso wie bei Insurgents hier. Muss ich erstmal hier eine Runde verteidigen. So, an die Able und Sides gehen dauert ein bisschen länger als gewöhnt. Ist aber natürlich klar bei so einem langen Gewehr. Aber ich möchte jetzt hier auch mal Action haben. Okay, die sind da. Ich glaube, ich habe aber was getroffen. Oh, okay. Das bedeutet wohl, die Ironsides funktionieren optimal und nicht realistisch. Die Ironsides damals, die waren ja so... Die haben ja... Also, die Deutschen hatten erstmal... Äh, Rundgeschosse. Also, naja, Ogi-Wahlgeschosse heißen die eigentlich. Ah, jetzt muss ich nachdachten. Die hatten ja erstmal Rundgeschosse. Und das lange Visier, was da drauf war, das war für die Rundgeschosse optimiert. Das ging bei 200 Meter los. Das war auch überhaupt kein großes Problem. Allerdings haben die Deutschen dann von Rundgeschossen auf Spitzgeschosse umgeschaltet. Also, umgerüstet. Und dann haben die das lange Visier umgestellt. Und dann war auf einmal die erste Entfernung auf dem lange Visier 400 Meter. Und das war relativ suboptimal für den Nahkampf. Man musste halt den Gegnern auf die Füße zielen, wenn man die im Nahkampf in der Brust treffen wollte. Und das war sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, sagen wir das mal so. Und genau deswegen waren auch die frühen Karabiner des 98er Systems, wie der Karabiner 98A, also Großer, und Karabiner 98AZ, bei den Tropen sehr viel beliebter. Weil da endlich mal ein anständiges Visier bei war. Obwohl, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer was hatte. Es kann sein, dass der Karabiner 98A noch eine Version des Lange Visiers hat. Ich glaube, es gab eine kurze Version vom Lange Visier. Übrigens heißt das Lange Visier nicht Lange Visier, weil es Lange ist, sondern weil es vom Herrn Lange entwickelt wurde. Gucken wir mal hier, pushen wir mal ein bisschen. Okay, das ist gerade Artelwee oder sowas unterwegs. Wäre es natürlich richtig krass, wenn es auch sowas geben würde wie Gas. Ist das von uns? Kann ich eigentlich Waffen aufheben von den Gegnern? Oder irgendwas? F? Ja, kann ich sogar. Oh, dann habe ich jetzt hier einfach mal ein Enfield. Das müsste eines der älteren Enfields sein. Das hat auch ein besseres Visier. Oh, und ein Bayonet. Wie mache ich das denn? F oder? Wo greife ich dann mit Bayonet-Angriff an? Aber ich habe in Surgeon City typisch. Wie nennt sich das? Bekommen, wenn ich eine gegnische Waffe hole? Keine Magazine mit ausgegeben. Und da hinten war irgendwas. Und das heißt, es ist Zeit, sich was Neues auszudenken. So, was wollte ich denn? MG-Schütze fand ich cool. Genau, da habe ich nämlich das Matzen. Das kostet sogar einen Punkt weniger. Und den Reichsrevolver. Die würde ich mir gerne mal angucken. Und... Ach, das ist eine Handnebelgranate. Das ist keine Nagelgranate. Ihr müsst auch lesen können, ne? Beobachten. Reinforcement in 8-7 Sekunden. Das ist kein Problem. Ohne Pfalz D2. Goll. Was hier alles gibt. Kann ich damit nicht zielen? Moment, ich möchte mal Reichsrevolver. Ah, damit kann ich anzielen. Mal gucken. Ach, das ist ja Single Action. Klar, muss nach jedem Schuss gespannt werden. Nachladen. Ach, stimmt. Das ist ein Ladetürchen-Revolver. Ja, der war damals hart unpraktisch, der Revolver. Die waren schon froh, wenn die eine Luger P08 hatten. So, wo geht es hin? Da hinten war es doch. Es sieht alles gleich aus. War wenigstens schön weihnachtlich im Schnee. Ich glaube, das ist einer von meinen. Die erkennt man sehr gut an den Pickelhauben. Das finde ich praktisch. Also, aber die Engländer fanden das auch praktisch, die Deutschen an den Pickelhauben erkennen zu können. Von da ab. Ja, sind das eigentlich Engländer, oder? Konstatiere, der Reichsrevolver ist scheiß unpraktisch. Und ja, so wurden damals viele Revolver nachgeladen. Da geht er down. Ach, das ist verzögert. Okay. Das ist wahrscheinlich ein verzögerter Killfeed. Das finde ich auch ganz gut. Ich mag auch mega gerne den verzögerten Killfeed von Rising Storm Vietnam. So, ich glaube, genug Reister wollen wir für heute. Zeit für Matzen. Wo lege ich mich denn hin? Ich bin auf X lan, X. Ne, da schreibe ich. C. C ist Kompass. V. X. X ist wahrscheinlich Feuermodus. Hier sage ich was. Ich muss mal kurz gucken. Wo mache ich denn? Controls. Keybindings. Vorwärts, 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 rechts springen. Haltung ändern. Liegen ist Z. Ach so. Ja. Tastatur. So, jetzt ist es Y. Das ist niemals im Land gehört mir. Oh Gott, die Sides sind aber auch gewöhnungsbedürftig. Wer hat das für eine gute Idee gehalten, links vom Magazin her zu gucken? So, vorrücken. Und ob ich den Moment hinlegen. Da sind zwei. Aber ganz hinten ist einer. Ich muss mal so ein bisschen... Ich gucke am besten immer oben mit der oberen Bildschirm, merke wie wir das letztens Tag auf gelernt haben. Ob da welche sind. Und wenn da welche sind, erst dann schießen. Erst dann, Ironsides drauf und schießen. War das Magazin wirklich so dünn? War das ein einreihiges Magazin damals? Was liegt denn da? Oh, das ist eine total illegale Shotgun. Das ist eine Browning Modell 5, oder? Halbautomatische Schrotflinte. Damals schon im Ersten Weltkrieg im Einsatz. Allerdings in geringer Stückzahl. Die hat auch einen richtig lustigen Mechanismus. Also einen richtig interessanten Mechanismus. Diesmal nicht... Die hat einen lang zurückleitenden Lauf. Ach, das ist einer von meinen sogar. Er hat aber nicht sehr viel Reichweite. Oder ich habe einfach Scheiße getroffen. Wie viel Schuss sind denn da drin? Fünf, oder? Ich habe dreimal geschossen. Mit Glück sind da jetzt noch zwei Schuss drin. Aber wir capturen das gerade. Ist das Munition? Aber ich glaube, aus gegnerischen Munitionstöpfen darf ich nichts nehmen. Soweit ich das noch weiß. Okay, da ist Wechselman. Ich habe ja zur Not noch den coolen Reichsrevolver. Ja, das Spiel ist eigentlich ganz cool, wie ich finde. Also, jetzt spontan würde ich sagen. Ja, geile Sache. Ich werfe mal die Hand Nebelgranate. Ah, fast... B gehört fast mir. Aber da hat gerade jemand... Die haben das Lewis-Maschinengewehr. Okay. Dann haben die Deutschen wahrscheinlich auch das Matzen eher aus Balancing-Gründen. Die hatten damit... Davon nehme ich gar nicht mal so viele. So, dann wird hier weiter gestürmt mit meinen... Glücklicherweise... Also, im glücklichsten Fall habe ich noch zwei Schrotpatronen. Im allerglücklichsten Fall. Funk, Funk. Genau, hier gibt es immer Ziele. Hier gibt es nicht nur Flaggenpunkte. Einfach so wie bei Battlefields. Sondern man muss immer was machen an manchen Stellen. Da habe ich das schon. Was muss ich da machen? Muss ich das einfach kaputt machen? Oder muss ich mich da vorstellen? F drücken. E drücken. Ja, meine Schrotflin ist schon leer. Gut, dass ich das so rausgefunden habe. Wellen. Keine Wellen mehr übrig. Nur vier Minuten irgendwas. Ausschalten. Oh, das war sogar richtig. Ich habe das Ziel zerstört. Sehr cool. So, und dann würde ich sagen, dann war es das für dieses Video. Dann könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren. Weitere Videos zum Spielfolgen garantiert.